Noch ein paar hundert Meter und wir sind auf dem Flugplatz Görlitz. Mit diesem guten Stück werden wir dann eine Runde drehen. Der Herr Güttler fährt gerade die Start- und Landebahn ab und dann hier noch ein paar Wildschweine rumgeführt haben. Herr Güttler! Ja, hallo, guten Tag! Wo geht's denn heute lang? Also wir fliegen jetzt erst mal Richtung West, Richtung Elbsandsteingebirge, dann Richtung Zittauergebirge eine große Runde und zurück an der polnischen Grenze über die Landeskrone Stausee zum Flugplatz zurück. Wunderbar, so machen wir das. Okay. Ich denke mal, wir werden so eine Stunde unterwegs sein. Das kommt ungefähr hin, ja? Eine Stunde. Ja. Ja. Wir steigen und sinken den Meter pro Sekunde an. Hier ist die W-Zahl, hier ist der Ladedruck, weil das direkt ein Spritzer ist. Der hat keinen Vergaser. Ja. 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. Untertitelung. BR 2018